Hi Jörlöchen Freunde und Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich eine Runde Minecraft Bad Wars 8x1 auf der Map Frozen. Und zwar befinde ich mich in der neuen Lobby vom GrieferGames.net Server. Da können wir da einfach rausspringen. Und das backt hier ein bisschen. So und hauen wir hier vielleicht nochmal das rein. Den Dreck. Okay. So einmal hopp. So hauen wir doch mal da noch einen Smaragd hin. Und da seht ihr ich habe den Rang. Und zwar wurde ich im Forum angenommen. Ich habe den Rang vom Evonix bekommen. Also Grüße gehen auch raus an dich. Danke für den Rang. Hier holt sich hier den Staff. Na warte. Du und deine Butterrüstung. Du bist Geschichte aber nicht von mir. Ja. Aber ich habe ja noch ein Leben. Und die drei Banner, die verlose ich dann nochmal unter all meinen Abonnenten. Hier die Hashtag Banner. Und das letzte Video geschrieben haben. Also wollte es scammen. Tut mir leid. Du scammst. Du scammst. Bist im Video. Komm mal bitte auf den Teamspeak. Welcher? So Leute. Ich fahre jetzt mit ihm auf den Test. Und er scammt wirklich. Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir stehen gerade kurz vor den 1000 Abonnenten. 1000 Abos Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Leute. Wir haben die 1000 Abonnenten erreicht. In dem heutigen Video möchte ich über die Zukunft meines YouTube Kanals reden. Nach einigen Monaten bin ich nun wieder mit dem Minecraft Convail da. Es haben sich schon ein paar Leute gewünscht. Ich habe ein bisschen öfter Minecraft Offline halt gezockt. Und habe schon wieder ein bisschen Spaß daran gefunden. Und dazu, dass ich alle Spielmodi auf meinsucht.net gewinne. Wieder herhören. Anscheinend will da mit uns ein Rennen liefern. Ich habe mich aber gerade keinen Bock. Deswegen sind das nicht wirklich Aliens. Oder? Das sind Aliens. Hier spiele ich dann das Spiel. Dort habe ich zum Beispiel den Stream Chat oder sonst irgendwas online auf. Und dann habe ich hier zum Beispiel OBS auf zum Aufnehmen. Einmal den Gold Plus Rang auf dem Meinsuchtpunkt.net. Dazu war vor, dass ich alle sieben Tage einen Gold Trang verschenken kann. Und am Sporn steht ja dieser gut aussehende Typ, der mir keinen Handyvertrag antreten will. Sondern einen privaten Server. Und jetzt würde ich sagen, ist eine gute Stelle angekommen, wo ich einfach mal die Facecam anschmeißen würde. Und zwar bin ich da einfach mal. Jetzt seht ihr den Typen, von dem ihr jahrelang die Videos gedisliked habt. Guten Tag, das bin dann wohl ich. Dann kommen wir auch zu meinem Setup. Da hat sich nämlich auch was geändert. Den 43 Zoll Monitor. Da hing nämlich ein 24 Zoll Monitor, der noch vom Setup war. Den habe ich jetzt komplett ersetzt. Und hier haben wir mein Gaming Setup. Hätte ich hier irgendwie ein bisschen Langsamkeit drauf. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich sonst immer nur mit Schnelligkeit rumlaufe. Denn ich bin gerade etwas wieder aktiver auf Griefer Games. Vielleicht wird demnächst da das ein oder andere Video kommen. Das weiß ich noch nicht. Es ist der letzte Tag vom Meinsuchtpunkt.net-Server. Ab morgen wird der schließen. Yo, also Grüße gehen raus an Redox. Dank ihm habe ich jetzt Owner Rang auf dem Meinsucht-Server. Okay, es gibt jetzt noch eine XXL-Runde auf dem Meinsucht-Server. Und ich bin einer der wenigen, die es reingeschafft haben natürlich wieder. Gibt es mal wieder was auf Griefer Games.net. Ich bin nämlich jetzt hier auch mal wieder aktiver. Dann kommen wir auch schon zu meinem Setup. Ja, da wurde ich die meiste Zeit eben verbringe. Denn ich wurde zum Projekt Minecraft Apodia der zweiten Staffel eingeladen worden. Es gibt mehrere Fraktionen. Ich werde gleich mal alles erklären. Diese vier Monitore hier verbunden. Und da eine Grafikkarte eben mal. Ich habe gerade die 1070 Ti drin. Es ist tatsächlich passiert. Ich habe dank euren Support den YouTuber Rang auf Griefer Games bekommen. Wir haben die 3000 Abonnenten auf diesem Kanal durchbrochen. Und dafür erst mal ein dickes Dankeschön. Das richtige Abo-Special wird es aber wahrscheinlich erst Ende November, Anfang Dezember. Die erste Dezemberwoche so rumgeben. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich habe dazu auch schon ein Short hochgeladen. Ich möchte als 3000 Abonnenten-Special einen Einblick euch geben in eine Woche meines Real-Life-Lebens. Und das kann ich eben jetzt gerade noch nicht aufnehmen. Weil erstens habe ich jetzt Urlaub. Danach habe ich Berufsschule. Da bin ich überhaupt nicht daheim. Deshalb würde das auch nicht so passen, sage ich mal. Dann, wenn ich wieder normal arbeiten bin und dann halt eben auch Nachmittag zu Hause bin. Das ist eher der Normalalltag, den ich euch dann näher zeigen will. Deswegen kommt das Video auch erst im Dezember Anfang raus. Das wäre es dazu gewesen. Punkt Nummer 2. Ich werde noch ein Griefer Games Video zu machen, wo ich an neue Spieler haufenweise Geld raushau. Und am Donnerstag übermorgen 17.30 Uhr auf Twitch gibt es einen Stream. Da werden wir auch noch ein paar Herbstkisten auf jeden Fall. Ein paar mehr als sonst raushauen. Und ich habe ja noch anderes Zeug nebenbei. So ein bisschen an Items. Das werden wir auf jeden Fall auch dann nochmal raushauen. Aber das wird jetzt nicht ein kompletter Geier-Stream. Wir werden dazwischen auch noch ein bisschen was anderes machen. Punkt Nummer 3. Ich wurde seit mehreren Monaten eigentlich... Ja, sind schon Monate... ...gefragt. Jo, gibt es eigentlich von dir Merch? Ich hätte gern Teddy-Merch. Bis dato dachte ich mir... Merch weiß ich nicht, ob das sich jetzt so krass lohnt. Aber wenn die Nachfrage da ist, okay, habe ich gesagt, mache ich das ab den 3000 Abonnenten. Und die haben wir jetzt erreicht. Ab sofort wird auch immer unter jedem Video jetzt ein Link zu meinem Merch-Shop sein. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Bedeutet, wenn ihr darüber bestellt, dann bekomme ich eine gewisse Provision davon. Das Gute daran, warum ihr den auf jeden Fall nutzen solltet. Nach gewisser Zeit, beziehungsweise nach gewissen Einnahmen kann man sich dann eben auch... ...halt kann ich mir ein Gratis-Produkt aussuchen, was ich dann bestelle. Und das kann dann jemand von euch gewinnen. Wenn ihr über den Link was bestellt, dann wird an der Kasse automatisch ein Rabatt-Code eingegeben. Wenn der nicht da sein sollte, dann einfach TeddyTV. Da bekommt ihr immer noch ein Stückchen Rabatt. Das Ganze wird von der Gamers-Gear-Seite gehostet, sage ich mal. Ich habe mich dort als Affiliate beworben, habe hier einen Merch-Shop aufgesetzt. Hier könnt ihr Caps, dann eben einen Hoodie, einen Short. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich glaube, das ist allgemein zum Rausgehen, Schlafen, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt zum Anfang mal einen Hoodie und diese Short hier bestellt. Es gibt aber auch noch eine Jogginghose. Das sollte wahrscheinlich auch viele ansprechen. Hier gibt es auch ein T-Shirt, dann Leggings oder auch ein Darm-Shirt. Also acht Produkte. Sollte für den Anfang auf jeden Fall ausreichen. Und das Ganze kostet jetzt kein 1-2 Euro. Ja, China-Schrott, bitteschön. Ihr könnt euch auch gerne die Bewertungen im Internet, zum Beispiel auf Trustpilot durchlesen. Das ist schon wirklich gute Qualität. Hier haben auch andere Griefer-Games-Streamer auch noch ihren Merch-Shop gehostet. Deswegen sollte der ein oder andere vielleicht die Seite schon kennen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ihr seht schon hier oben, wenn ihr über den Affiliate-Link geht, der Rabatt deines Streamers wird automatisch an der Kasse abgezogen. Ich tue jetzt einfach mal hier auf den Hoodie klicken. Das Ganze könnt ihr natürlich in verschiedenen Größen machen. Wenn ihr was bestellt habt, könnt ihr natürlich dann auch hier bewerten. Ich gebe jetzt meine M an. In den Einkaufswagen legen. Dann haben wir zum Beispiel, spart ihr schon 10 Euro. Hier steht jetzt zwar dieser Rabatt-Code, der gilt auch, aber wenn er nicht da sein sollte, einfach TeddyTV eingeben. Der gilt genauso. Und dann könnt ihr einfach ganz normal bestellen und dann bekommt ihr auch eine Mail hier bestätigt. Hier Lieferanweisung bzw. Tracking-Nummer und dann wisst ihr auch, wann das da ist. Ansonsten sehen wir uns übermorgen im Twitch-Livestream oder eben wieder Dienstag, 17 Uhr hier auf dem Kanal zu einem neuen Video. Und was ich auch gerade vergessen habe zu sagen, für die Leute, die noch dran sind, unter diesem Video gibt es wieder ein Randschild. Also ein seltenes Randschild. Davon gibt es, glaube ich, gerade 13 Stück auf Griefer Games. Gibt es von mir auch wieder unter dem Video zu gewinnen. Also gern fleißig kommentieren. Video bewerten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.